Mega kompakt und mega praktisch ist dieser Mini-Taschenschirm von Mercedes-Benz. Und warum ist er so mega praktisch? Weil ihr ihn ganz einfach in eure Jackentasche packen könnt. Egal ob man sie dann an der Frau hat oder am Mann. Der Schirm ist immer mit dabei. Wenn ihr abends unterwegs seid, seid ihr immer gut behütet. Weil wenn der Regenschauer kommt, einfach Tasche öffnen, das Futural abziehen. Hier unten habt ihr übrigens noch einen schönen Mercedes-Benz-Stern mit auf dem Schirm. Öffnet den Klettverschluss. Und zieht den Schirm hoch. Auch da ist nochmal ein schönes Mercedes-Benz-Logo. Und dann seid ihr bestens behütet. 88 cm Durchmesser hat dieser Schirm. Bestellt den Schirm jetzt im Rosier-Onlineshop. Rosier. Leistung, die bewegt.